Theoretisch, boah, ich schätze sogar auf der einen Seite die Idee, ich habe ja noch ein altes Snackbox-Video, dass wir das einfach zusammen im Stream cutten. Olli! Wache mal! Verbrenne wie es nur mal gar... Ich hasse dich! Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen bei einem neuen Stream von mir, dem Sensei, Raymond. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Theoretisch, boah, ich schätze sogar auf der einen Seite die Idee, ich habe ja noch ein altes Snackbox-Video, dass wir das einfach zusammen im Stream cutten. Wurde mal gucken, wo ich das Video habe. Jetzt geht's wieder los. Wo könnte das Video sein? Hi, Olli! Äh, da hat man keinen Katschenschwäsch geschehen. Da ist das. Hier habe ich auch noch Videos. Olli! Wache mal! Dann, ich bring dich um, wenn du das machst! Kratzt er einfach gerade am Sibo-Poster, ich dreh durch! Junge! Bist du behindert, mein Junge? Verbrenne wie es nur mal gar... Ja, so ist das! So ist das, du kriegst Ärger! Ich öffne mal gerade, hier ist hier die Datei. Olli, ich seh... Ich weiß, warum er daran gekratzt hat. Weil er sein Spiegelbild da dran sieht, glaube ich. Ah, hier ist noch ein YouTube-Ordner, guck mal. Projekte. Warte mal, Videos. Warte, vielleicht da in den Aufnahmen-Ordner. Äh, Snackbox-Audio? Warte mal, das könnte es sein. Okay, aber nein, Bounty ist scheiße. Guck! Ich hab's gefunden, Leute. Ich hab's gefunden. Perfekt. 20 Minuten später. Ich denke, die ganze Zeit mal mit... Also, Fliege kommt hier hoch, aber irgendein anderes Geräusch ist es die ganze Zeit... ...eine Minute, 37 Sekunden später. Guck mal, wir gucken, ob was so verrückt ist, dass dieses Neuseeländer so steht. Boah, die hat ne Delle, Alter. Also, kann man das in der Kamera erkennen? Die hat auf jeden Fall noch ne gute Delle abgenommen. Okay. Ich find's, ich find's grad wirklich interessant, so ein Video zu schneiden. Ich seh' dich in meiner Facecam sitzen. Alter, ich guck's in dem mal in den Hof, weil ich grad so reden wollte. Und seh' einfach nur so ein rotkariertes Hemd auf einmal da sitzen. Und ich denk mir so, what the fuck, wann? Aber ich kann sagen, ich find's unfassbar ganz faszinierend. Ein Video, was jetzt mittlerweile fast drei Jahre alt ist, vor drei Jahren aufgenommen, nie geschnitten, jetzt gerade zu schneiden. Und auch zu reflektieren, wie ich da gerade drauf war, wie ich rede und mich verhalte. Also, es ist halt grad unfassbar faszinierend. Sasches Kulisse wurde verschönert. Äh, hallo, was soll das denn jetzt heißen? Eine Fliege, Jonathan Stream, ja, ist so. Also, schau, Alter, sieh, was geht? Hui. Oh, der abbekommt. Ein Stream ist so oder so schön, einfach weil ich hier sitze, ja? Ui. Äh, ich glaub, dieser eine Clip da sag ich einfach fast alles aus dem Video. Also, aus, was, ja, nicht unbedingt das Video, sondern, äh, über diese Chips. Äh, okay, das stinkt überhaupt. Alter, der Luxury-One, was geht ab? Falls es mal schnell gehen muss, falls er durchverbleibt. Ich hab, was zum, hä? Wovon redet ihr denn jetzt gerade eigentlich? Ich bin immer lost. Sieht es bestimmt auch. Hä? Was? Was labert ihr da gerade eigentlich so? Ich hasse dich! Ich geh auf! Ich geh auf! Ich hab's geschafft. Äh! Er hat es immer wenigstens geglischt. Äh, 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 wie er das hier hochgebracht hat! Äh, 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 äh! Alter, das kriegst du zurück, boah. Ich dachte, da wird noch eins hier hingesteckt, aber nee, das war nur die Küchenrolle. Das Jam nicht schinken? Ach, du Scheiße. Oh, nein. Nein. Jerm'n Schinken? Das tut mir jetzt gerade ernsthaft. Was kannst du eigentlich? Hä? Jetzt bin ich gerade komplett verwirrt. Hä? Ist Jerm'n Schinken, wenn da jetzt Schinken drin ist, Digga? Äh... Sollt der Schinken oder sowas tun was? Da bin ich gerade los. Das sieht aus wie Marmelade. Das ist Marmelade? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe hier eine Süßigkeit gehabt. Und äh... Da stand Jam drin. Was ist Jam? Marmelade, ne? Und ich habe gedacht gehabt, Jam wäre Schinken. Ja, das englische Wort für Marmelade ist ja Jam. So. Und ich habe aber Jam und Ham verwechselt und habe gemeint gehabt, Jam wäre Schinken. Ich bin gerade wirklich im Stuhl versunken vor Peinlichkeit. Das ist dumm, Alter. Ja, hier. Setz mal gerade auf. Dann hörst du es. Jam? Ist Jam nicht Schinken? Was kannst du eigentlich... Hä? Jetzt bin ich gerade komplett verwirrt. Jam... Hä? Was heißt denn? Ham! Mit Haaren! Ach so. Ich bin so dumm, Alter. What the fuck? Das ist so peinlich. Apropos die Schokolade. Hm. Und man nebenbei die, äh, Honigschokolade. Sieben von zehn Pinguinen. Oh! Das ist noch eine hohe Zahl. Boah, ne. Ich hasse halt Marmelade, ne? Also. Guckt euch das Bild mal an. Ihr denkt so, ihr beißt rein. Schön was fluffiges, sahniges, ne? Dieses künstliche Süße. Wirklich künstlich süß. Und für das, was man da draus sieht und... Was es eigentlich ist. Ich meine... Hä? So sieht's halt jetzt von... Wieso war jetzt hier oben ne Zitrone?! Eine Zitrone vergessen, ja! Ich glaube es war ein Fehler mit dem in der WG zu ziehen. Ich hab keine Ahnung was bei dem heute... Der dreht heute... ...und... Ich komm wieder nach dem Rad. Sorry, bin einfach zu happy. Ich freu mich aber grad allerdings, warum? Was ist passiert, dass du auf einmal solch ein Glückshormone ausprühst? Das verwirrt mich, das ist so... Unexpektiv! Bist du das erste Mal grad in meinem Stream? Weil ich bekomme grad die Benahmen, dass du zum ersten Mal chattest. Wollte schon früher mal vorbeischauen, aber war immer unterwegs. Alles gut! Ey! Kein Stress! Ich freu mich, dass du da bist. Einfach zwei unterschiedliche Menschen jetzt noch früher. Ist so, oder? Also wenn man mich da anschaut und ich jetzt auch seh... Man sieht einfach, ich bin älter. Man sieht's eiskalt. Obwohl ich da auch schon so einen leichten Bart habe, aber halt... Nicht so wie jetzt. Ist halt... Ist halt auch... Ich hab vorgestern das erste Mal jetzt wieder gestreamt gehabt. Und da haben wir auch alte Videos angeschaut. Allerdings... Ey, das ist so krass, wie anders ich wirke vom Verhalten her. Aber auch vom Ausschauen. Ich seh halt so ganz anders aus. Und ich hab das Gefühl, meine Stimme ist ein Ticken tiefer geworden. Senpai! Oh mein Gott! Flieger aus! Erstmal speichern! Ja, speichern! Coolio! Dann haben wir's für heute. Ey, ich... Weiß ja jetzt nicht, wer noch alles da ist. Aber... Allerdings hoffe ich... Es hat wirklich mal so ein Chili-Mini-Stream hier... Äh... Mit so Video-Editing gefallen. An der Stelle wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin macht's gut und... Ciao, ciao! Abonnee im 해! Bu susten wir mal ganzen gray.